Hi. Hi. So, wir haben vorhin... Ich habe den Bildschirm gerade nicht gesehen. Nein, nein, das habt ihr nicht gesehen. So, jetzt fahrbar besser, ne? Ja. Achtung, da kannst du... Das solltest du eben nicht machen. Okay, so viel besser fängt es jetzt auch nicht an, aber das Rennen ist ja noch lang. Wow, ich glaube, so nah warst du vorhin noch nie. Doch. So nah nicht, nein. Im anderen Part nicht. Achtung, jetzt nicht wieder an der Brücke hängen bleiben. Wow, ich glaube es nicht. So, ist richtig. Immer wegkicken, wenn sie kommt. Oh, das war scheiße. Egal. Voll konzentriert gerade. Also erwarte nicht, dass ich besonders viel sage jetzt. Hm. Der sitzt hier so neben mir, so voll konzentriert auf dem Bildschirm, guckt nach vorne lehnt. So, hm. Ich muss das jetzt schaffen. Oh, aber ich muss alleine unterhalten, kann ich die auch nicht, ne? Ist auch ein bisschen langweilig dann. Ah. Ah, was ist das eigentlich Unnötiges? Es waren 50 Zentimeter neben der Straße. Guck mal, ich bin unterbrochen die Wandbremse. Ja, es kommen jetzt noch mehr solcher Strecke. Ich glaube, das wirst du lieben. Lieb's jetzt schon. Ach, danke. Klack, 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 ich hör's dir die ganze Zeit so im Controller so. Klack, 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 wenn du auf die Tasten drückst. Das ist... Auah, das schöne Auto. Geh mal respektvoll da. Ich weiß nicht, das scheiß auf schöne Auto. Hab mal Respekt. Nee. Respekt ist auch ein schönes Wort übrigens. Was hab ich zu gewinnen? Respekt. Anerkennung. Äh. Was sollst du denn jetzt? Hey. Was sollst du denn jetzt? Du bist gegen einen Baum gefahren. Achtung, ne? Nicht daraus. Ja. Supi. Hat einer von euch eigentlich diesen Film mit Jimmy Blue gesehen? Ähm, wie hieß der jetzt gleich? Den wir voll scheiße für die nicht, dass ihr jetzt was Falsches von uns denkt. Nein, aber wie hieß der jetzt gleich? Wo ich hab' gewonnen, das weißt du schon. Ja, weiß ich. Supi. Ich bin aber grad... Ich überleg' gerade, wie dieser Film heißt. Äh. Geht auf jeden Fall um Tanzen und um Hip-Hop so mit Jimmy Blue. Möchte gern Hip-Hop. Ja, möchte gern Hip-Hop, äh. Wir verlinken euch einfach mal den Trailer da. Und, ähm, dann guck durch den. Verblödung. Nee, das war also nicht. Nee, aber er verblödet. Er verblödet. Mach einfach mal weiter. Ah, man. Ich guck' nicht mehr drauf. So, auf jeden Fall richtig toller Film. Ich hab' ihn leider nicht gesehen. Nicht toller Film. Der ist schrecklich. Aber, wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns einfach mal in die Kommentare, wie ihr den fandet und ob sich das... Ja, den wissen ja noch nicht, wie der heißt. Wirklich lohnt. Ja, ich... Ich mach' ja den Trailer und dann... Könnt ihr gucken, ob die den kennen. Du musst Zeitfahren machen. Ich glaub' da kommen gleich auch noch Polizisten. Habt ihr die wilden Kerle eigentlich gesehen? Oh mein Gott. Wo wir schon bei Jimmy Blue sind? Oh mein Gott. Oh, so ein Polizeiauto hätt' ich auch gerne. Der ist lieber ohne Polizei. Ja, also... Klar, aber das Auto ist schon schlecht. Du bist voll schnell und ich hab' Alter, was war das? Ja. Scheiße, Mann. Was war das normal? Ja, wenn du dich gerade am Kratzen bist... Boah. 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 Das ist zu schnell, das Auto. Wir hätten... Das wär' gut, wenn wir noch den Quattro hätten. Der ist nämlich schwieriger zu steuern. Du musst... Du darfst halt einfach nicht so schnell fahren. Du musst ja nicht so schnell fahren. Doch, ich muss jetzt ja Zeit fahren. Ja, aber du... So viel Zeit kannst du dir noch lassen, ob du jetzt scheiße baust oder... ...dafür langsam aber sicher auf der Strecke, dass ich... Nichtro sollte ich... Hä? Was war das denn? Hä? Ja, fahr einfach nicht so schnell. Das ist doch ein Meter von der Strecke entfernt. Stopp. Ja, ich sollte nicht so schnell fahren, glaube ich. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Das behaupte ich doch. Du solltest langsam aber kontrolliert fahren. Jetzt geh vom Gas. Geh vom Gas. Das ist doch schön. Solche Fahrlehrer spielen oder was? Ne, aber wir waren bei den wilden Kerlen eigentlich, ne? Nein, waren wir nicht. Doch. Das ist schrecklich. Das will doch keiner hören. Ähm... Die ersten Teile waren noch relativ okay, fand ich. Hast du die auch noch gesehen? Die ersten... Die ersten... Wow, die ersten, aber... Später wurde es mir dann... Okay. Das war logisch. Ähm... Aber später wurde es dann ziemlich scheiße. Was meinst? Ne, ist wirklich so. Da hießen die dann ja auch nicht mehr die wilden Kerler, sondern DWK. Oh mein Gott. Und da spielt ja auch Jimmy Blue mit, der Vater und der komische Bruder da. Ach, wie heißt der jetzt gleich? Ja. Auch egal. Äh, warum kann man da einfach so durchfahren? Wofür gibt es die Teile? Boah, du machst mir Angst, wie schnell du fährst. Ach, ganz normal fahr ich. Du fährst nicht ganz normal, du fährst übelst krass. So fährt man auch normal auf der Straße, weißt. Ja, so, so, vor allen Dingen auf so einer Strecke fährt man so ganz normal. Von hinten, finde ich, endet der so ein bisschen, also die Leuchten, also die Rücklichter, finde ich die ähneln so ein bisschen mit einem ersten Martin. Mhm. So diese Form. Ja, geschafft. Easy. Easy. Ja. Im Vergleich zum anderen Rennen? Ja, im Vergleich zum anderen Rennen. Ich bin dran. Hab ich grad entschieden. Elf. Elf Positionen müssen wir noch gut machen. Vielleicht schaffen wir das heute sogar noch. Bis gleich. Tschö. Ciao.